Im heutigen Video geht es um die Entscheidung, ob Liquid es schafft, sich in die Playoffs zu qualifizieren oder nicht. Es sieht nicht gut aus. Es kommt einerseits auch nochmal darauf an, wie Liquid gegen Gentlemaid spielt. Und es kommt darauf an, wie Foot gegen BBL spielt. Alles erfahrt ihr in dem Video. Falls euch das Ganze gefällt, ein Abo da lassen ist kostenlos und würde ich sagen, viel Spaß im Video. Also, Liquid muss das 2-0 gewinnen in Maps. Danach spielt BBL gegen Foot. Und da muss BBL 2-0 verlieren, damit das für Liquid gut ist. Oh, das ist unlucky. Das wäre die Free Pissed Round gewesen mit der Flash. Yampi-Macher. Nice, Nuts. Nuts-Macher. Macher. Nuts-Macher. Macher. Ich kann nicht reden. Ich bin krank. Macher. Oh, wurde gehört. Boah. Wow. Schade. Oh, Yampi hat 2. Nice, Nuts. Nice. Oh, wichtige Runden. Oh, oh. Oh, nein. Oh, 3 gegen 2. Oh, mein Gott, ja. Nein. Nuts mit dem Ersten. Oh, mein Gott. Aber hat die eigene Sage mitgeholtet. Oh, mein Gott. Nuts. Oh, wie unlucky durch Smoke einfach. Ist es okay? Ah, okay, die Runde ist weg. Wird gehört. Oh, mein Gott. Er kann mit Ult Bombe nehmen. Heisman. Now, these two aren't going to be moving away from each other surely. They have the stick. Shoulder, shoulder, shoulder with each other. Good spacing. Nein! Sechs Runden. Nevermind. Doch. Sehr schön. Das Ding ist halt, Team Heretics sitzt gerade bei sich. Alle im Office gucken gerade wahrscheinlich bei Heretics das Spiel von Liquid und machen so gerade. Weil Liquid muss in zwei Maps zehn Runden gegen Gentlemates holen und Heretics ist safe qualifiziert für die Playoffs. Was reden die Coaches so während den Games? Die verabreden sich ja meistens zum Fußballspielen oder reden halt, was sie so morgen noch so essen. Halt übers Game, was gut läuft, was schlecht läuft, was sie hätten ändern machen können, was sie versuchen können. Was sollen die reden? Oh. 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 Er macht einfach drei. Nice Enzo. Oh mein Gott, Enzo-Macher. Oh nein. Oh mein Gott, Enzo hat ihn! Reis Holt. 4-7. Oh, diese Sage-Wand nervt immer so doll. Oh, nice. Was? Nice. Oh, er hat gemisst zum Glück. Nice, Enzo. Schön Nutz. Nice. Oh, Jampi. Oh mein Gott. Macher. Oh, aber der zieht ihn nicht auf dem Stirm. Aber eins gegen drei, komm. Sehr schön, Mann. Stark. Er kriegt den Flash. Ist okay. Nein. Okay, alles gut. Nice. Haben Bombe. Nice. Und dadurch, dass Liquid jetzt zehn Runden geholt hat, ist Team Heretics weiter. Heretics ist in den Playoffs. Oh, schade. Stark. Hä? Hat sich einfach keinen Zentimeter bewegt mit dem Setscher. Stark einzu. Oh, schade. Okay. Okay. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Oh mein. God. Mystic. Okay, now they have Cloud Armor 2. Ja, that's, that golden path, right? The golden path, right? The golden path, that Liquid is walking. Bitte was? Okay. Warte mal. Wo fallen die denn alle? 3, geil. 4? Kiko macht es einfach for free. Ich hab's ihnen nur einmal kurz selber gesagt noch. Und das ist es. 13-4 ist sehr krass. Weil Hochgewinnen ist auch gut für Liquid. Yumpy auf dem Chamber und Kiko auf Narena. Wow. Oh. Okay. Liquid mit 4. Natürlich. Oh, oh. Der Walt ihn hoch. Oh, und die sind ready dafür. Sehr gut, nochmal minus 400 bei Gegner Sage. Stark. Oh, was? Aber 3 Leute low geschossen. Der Einer wird gehalt. Oh, Yumpy. Schönen Nuts. Schöne Flash. 2-0. Oh. Kann aber gehalt werden, oder? Schönen Nuts. Schönen Nuts. Nee, Mystic hat kein Heal mehr. Boah. Die Flash war genau in der Lücke, wo sie nicht gesehen wurden. Nice Nuts. Nice. 3-0. Sehr geil. Oh, oh. Schön Yumpy. Schön Yumpy. Boah. Er kriegt einen Marshall Schuss durch Wand. Nuts. 1-0-1. Nice. Macher. Macht Kiko aber. Super. Oh mein Gott. Er hat ihn genascht. 6-0. Und er läuft hinterher. Ja. Er hat's versucht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Was macht Yumpy mit denen? Niemals. 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 Na, ok. Shadow. Shadow. Schade. Nice try. Alter, hätten die die Runde geholt, das wär krank. Oh, schade. Enzo mit der Operator. Nein. Oh mein Gott. Boah, er darf nicht weitergehen. Er weiß nicht, dass er den Spike hat. Ah doch, er weiß es. Das hört man ja. Nice. Schön mystisch. Oh, Logan ist aber ready immer für einen, ne? Boah. Wow. Der Typ ist so krass. Der Typ ist so krass. Enzo mit der Outlaw. Warte mal, miesstig. Guck mal. Aua. Oh, der Schocktart. Fünf gegen drei auf drei gegen drei wieder. Auf drei gegen zwei. Guter Damage. Schöne Endzone. Wow. Drei gegen fünf waren sie und haben einfach drei null gewonnen. Wenn ihr die Runde jetzt closen, wär krank. Warte mal, was? Warte mal, was? Was? Die gewinnen die Runde 13-2? Das ist so wichtig. Holy shit. BBL gegen Foot spielt jetzt. BBL muss 2-0 verlieren. Dann ist Liquid weiter. Boah. Nice Foot. Ah, ich hab meine Cam wieder auf der falschen Seite. Geht aber durch der Blende, oder? Ne, doch nicht. Aber die müssen TP'n. Ah, aber Attack-Bite ist ein bisschen spät. Ah, wobei. Die haben die Info. Die machen mit... Ah, okay, ne. Ich dachte, die machen mit Snake-Bite den TP auf und er geht dann von hinten rein. Schöne Attack-Bite. Oh, das Timing. Nice. Nice. Wichtig für Foot. Oh. Nice Foot. Aber immer noch schwierig zu holen. Nicht ganz, aber ein bisschen. Okay, nice. Guter Flank. Nice. Das Ding ist halt, die haben halt auch zwei, die One-Shot für Sheriff sind und ein, der Two-Shot ist. Das ist manchmal sehr gefährlich. Bei der Ult. Okay, sie ulten nicht. Weil sie nicht ulten. Jetzt ulten sie erst. Hä? Bisschen getrollt. Schön. Müsste 5-3 sein. Ja. Sehr schön. Ach, das ist guter Trailer für Foot. Zwei für eins. Boah, der gibt doppel Headshots back here einfach. Boah, Q-Rex hat ihn aber. 7-3 wahrscheinlich. Nein. Okay, der ist hart. Oh mein Gott, die Nate. Oh mein Gott, die Nate. Oh mein Gott, die Nate. Das ist das 8-3-4-Foot. Das ist Mann sehr gut. Und. Nice. Richtig. Nicht mal Plant durchbekommen. Das heißt, BBL hat nicht so viel Geld. Oh mein Gott, Q-Rex. Oh mein Gott, CNET. Komm hier, 2-J. Ach du Kacke. Ach du Kacke, was ist da passiert, Alter. Holy Shit. Wipe hat in Faustet noch 2 Snackpats her. Wenn ein neues Update rauskommt, dann wird das Update nicht in den Turnieren gespielt. Die Turniere werden immer auf dem Patch gespielt, womit das Turnier auch angefangen hat. Ausnahme war klaff. Ist jetzt spielbar. Oh, Lamps aufpassen. Okay, 10-4 für Foot. Machen die gut. Oh, Foot exekutet. Boah. Okay, BBL nimmt sie. Ne, machst du nix. Gute Runde von BBL. Boah. BBL, was machen sie? Wenn die jetzt die Sky auf dem Schirm haben, machbar. Ah, der war meins. Kann er nicht gewinnen. Ja, schade. Machbar. Machbar. Oh mein Gott. Nein. Schade, Mann. Boah, jetzt die Runde ist so wichtig. Boah, schöne Viper Modis. Nice. Boah. G2J noch ein. CNET auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Oh nein. Oh, warte mal. Ne, ist nicht Winnable. Warte mal, ist Winnable. Ne, haben keine Bombe. Ich dachte gerade, what the fuck. Das wär krank. Foot ist on-site. Oh mein Gott. Nice. Nice, der Plan geht durch, wichtig. Richtig. Nice. Richtig. Richtig. Oh mein Gott. Top Tank niemals erwartet. CNET kranker Typ. CNET kranker Typ. Aber jetzt nicht overheaten. Aber jetzt nicht overheaten. Oh mein Gott, der Stun ist noch durchgegangen. Oh nein. Oh, vor den mit zwei. Oh nein. Oh, vor den mit zwei. Nice. Nice. Wichtig. Schön Foot. Nice. Okay, drei und drei. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh, das war getrollt von Brave. Und über ihm. Nice. K.O. ist so geil, um Sachen zu checken, ne? Gut gehalten. Oh mein Gott, vor den mit drei. Flawless wäre gut. Nice, richtig. Nice. Oh mein Gott, das ist krank. Oh mein Gott. Das wird jetzt aber keine... Okay, ich wollte gerade sagen, ne Flawless Bonus wäre jetzt krank. Sehr krass. Sehr krass. Oh mein Gott, er duckt dem Headshot. Nice. Oh nein, BBL. Zwei gegen drei. Kann Foot aber machen. Oh. Okay, Foot mit dem ersten. Oh. Oh nein. Das ist die erste Runde für BBL. Boah, schade, aber gute Flash. Oh, schade, aber gute Flash. Oh, der Omen TP. Okay. Die Runde geht auch an BBL. Schade. Oh nein. Oh, was hab ich gedrückt, Schere. Schöne Flash. Schöne Flash. Oh nein. Oh mein Gott, die haben den Diffuser. Oh. Oh, drei sechs. Jetzt ist es nochmal knapp. Oh. 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 Oh, Jetuj hat aber gute Posey. Nein. Ja. Oh. 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 Nice, Jetuj, Macher. Oh. 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 Nice. Oh mein Gott, aber er ist tot leider. Hö. Er läuft durch die Smoke weg. Das ist krank. Was das das für Timing ist. Und die Kao-Ult geht an und die Omen-Ult wird gecancelt von denen. Das ist so huge. Du wirst nicht wissen, wo er ist. Du kannst ihn versuchen, zu stammten. Du kannst ihn versuchen, zu stammten. Du kannst ihn versuchen, zu schrauben. Aber, letztendlich ist er immer da. Der ist hinter dir. Ein schöner Attent von Vorher, um jemanden zu in die Fahne zu bringen. Aber, sie sind mehr als bereit. Niemals! Ganz Liquid Sitzer, einfach Geoffen, einfach um den Footwinnen. Oh mein Gott, er lag zwei mit Bulldog, ist krank. Oh mein Gott, aber einer noch flank, aber vor den hat er auf dem Schirm. Oh mein Gott. Respektlos. Sehr geil, aber respektlos, dass sie die Runde holen. Foot, ihr müsst euch zu Legenden machen von den Pistolen. Aua. Okay, Foot mit dem ersten. Mit dem zweiten. Mit dem dritten. Mit dem vierten. Wow. Nice. Weitgemisst, unrevealed. Okay Foot. Nice. 11-3 so wichtig. Wow. Wow. 12-3. Und wenn sie jetzt diese Runde noch gewinnen. Eine Runde, Mann. Und Liquid ist drin. Okay, jetzt geht er in BWL. Kannst du nichts machen. Oder warte mal. Ja, okay. Ich würde sagen, Katzfix machen. Boah. Drei und drei. Dezoe. 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 Oh mein Gott. Poro swingt das einfach. Das ist dumm. Boah. Nice. Dieser eine Kill entscheidet jetzt. Wow. Wow. BBL ist raus und Liquid ist weiter. Das Team ist official. Liquid hatte eine 3% Chance, sich zu qualifizieren. 3%. Oh, ich würde den Schneiden. Ich möchte das mal nicht mitnehmen anfangen. Gut. Gut.